Hey! Wo ist der Sticker? Der Sticker ist nicht da! Ja wir spielen wieder Tester. Oh Gott jetzt kommen wir weg. Oh Gott jetzt ist voll. Ich hab wieder meine Schrotze also ja. Schrotze. Aber ich seh nix! Oh double kill mit einem Fluss. Oh ja! Oh! Ey Niklas! Ja? Brauchst du vielleicht Watch Dogs für PC? Wieso? Ich hab noch einen Key. Wie viel? Sony, kannst du auch haben. Kannst knicken. Dafür ist mir das Spiel nicht mehr wert. Würde ich zu schnell den Spielspaß dran verlieren. Wo? Wo? Wo ist los? Was ist da? Checkt das Spiel, Part gar nicht. Was ist? Part spiel ich gar nicht. Ah man. Was dann? Die Wettkampfzeugung Dann tu doch Ah Nein Ganz nächste Runde mit mir Klipp kommt auch gleich Oh nein Ich hab meine AK aufs Dach geschossen Habe mir jemand eine AK für mich gewartet? So wie viel sind wir dann? Fünf? Ja hier fang Ja hier fang Ach du Hure Fang Hallo Hallo Ja Guten Abend Guten Abend Na wo ist die hin? Let's roll out Ähm Ich muss ja nach unten gehen Zu einem anderen Oh ok Juuu Stampe Ich hab meine Hände zu offen Ach das Spiel wird eh abgebrochen Die Gegner haben immer noch einen Bot Wir haben immer noch einen Bot Wir haben immer noch einen Bot Ok Ach man ey Haben wir das immer abgeboren oder? Wer ist noch da? Ich 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 hab vergessen Ich hab vergessen Kein AWP ausgerissen Hallo AWP ist voll sexy Ja aber ich hab vergessen Skin ausgerissen Ja aber mein Sticker hat nicht funktioniert Was Fake Ich bin halt drauf nix Es regnet Waffen Ich hab den Ich bin unter den einen Tunnel gegangen und hab den weggecashed Der hat mich gar nicht bemerkt Der hat mich gar nicht bemerkt Sneaky action davon Oh ne Ich pack wieder meine Schrotfilter aus One shot Schrotfilter Aua Was sind die denn alle? Ah no Ah da Ah ha 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 Ah jetzt hab ich wieder kein Geld Alter Das ist auch Femper Fuck Loll Ey kommt mal schnell zum spawnen Hört ihr das auch? Ja ist die Gitarre die da spielt Ja Innenhaus Ich Ich töre jetzt hier und höre da jetzt zu Und ich erschieße die Hühner Ja Chiken 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 Guck mal hier ist Hühner spawnen Es geht los Es geht los Ich bin bereit Ey kauft euch mal nur Kevlarweste Und keine Waffe Was? Ich kann mit der nicht zocken Ich auch nicht Aber egal Es gibt nichts Fuck No 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 rush bee rush bee rush bee Wir alle in Rafe Dann messer ich dich gleich Ich bin tätig einfach aber den Abzug von Dallama Ob du dir so schön im Arsch stecken hast Oh na oh Which faggot dropped the bomb? Die Bombe Die Bombe liegt da noch Was? Who got the bomb? Lazy Llama Egal, so gehts natürlich auch Ja Wo sind die Chicken? Egal, Atar wasser Nee, Galil, du musst ja auch immer Rüstung kaufen, das ist am besten Achja Ich kann beides kaufen, mit Account und jetzt hab ich null Jetzt hab ich genau null Ich hab mal den Galil mit 50 kills draufstehen Ich hab noch Money Boy, Money Money Lass mal BG Lass mal nicht BG Doch Nee, nee Go on, bbbbbb Move, move Come on, Bomb Ich bin Bomb Das brauchst du nicht sagen, nee Vielleicht verstehst du ja Englisch besser als Deutsch Normplante hier Hier in der Ecke Normal Du musst an einem Bomb-Mod Hier, bei mir drüben, Norm Ja, okay, okay Plante da in der Ecke Stehst du schon? Komm, ich krieg noch nen Handy, Alter Hoffentlich Dann lach ich nämlich Oh, du hast mir doch auch keine Ecke gefunden Da hinten ist auch einer Ahja Häng hier fest, Mama Wo ist einer? Ich hab einen gesehen Da ist einer irgendwo Ey, das war meiner Alter, der Maul war meiner Der hab ich mir eindeutig verdient Ich hab doch gesagt, hier läuft einer rum Weil ich den gewinnen hab Steh nix Häng hier Häng hier Ey, ich kriege den Kino weggeschneckt, ey Wer ist jetzt gehofft? Die Gitarre ist so sexy Keine Ahnung, von uns keiner War doch noch einer in den Ring Ja, in Teensweg Ja, da war noch einer da Äh, no A please Ich hab die Bombe Ja komm, ich bin grüner LOL LOL, wie weit seid ihr schon weg, Alter? Chicken Boop Jungs, da oben sind wir hier Haben Nate F**k F**k Ne, der kann ja nicht mehr sein, der ist tot Terrorists win F**k 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 Oh Junge, die Gitarre ist voll entspannt, Alter Ich kann gar nicht ragen auf der Map jetzt Ne Oh Junge Let's go, let's go Go A again please I need one who covers, äh, helps me Ok, Kanti, mach das, komm Renn, 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 renn Pass, 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 pass Geht In die Tür rein Und der hat noch voll bringt Kann man rein? Oh, ich sehe nix Bin ich dringend? Ja, ich bin dringend Dad Alter Raus, 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 raus Da kommt doch einer von hinten Habt ihr denn? Da kommt noch einer Ich bin tot Ich lieg da an der Wand, knauf Planter 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 Oh Gott, der ist hier Da, da oben WTF Wie ist er da hoch gekommen? Wo war er denn? Da oben, auf dem Löwenkopf drauf WTF, wie kommt man da hoch? Ich will auch hin Hacker Hacker Heideutig Hacker Ich kann keine Ahnung Ich weiß, wie er da hochkommt, an den einen Teil in der... Da sind doch so Zacken Ja Dann kannst du doch drauf springen wahrscheinlich Okay Und da ist er wahrscheinlich hochgeklettert Es gibt ja auch einen Typ, der hat sich mal unter das Dach gesetzt Unter das Dach? Ja, unter das Dach gequetscht Ja, MOTHERFUCKER Hehehe F**k Mit dem Löwenkopf habe ich gefeiert Besser Interessant Ich bin drauf F**k 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 Naja F**k Kabeltrommeln da. Also da hab ich gecampt und hab einfach alle 5 ausgeschaltet die da kamen. Was für Kabel? Weißt du das nur ne Kabeltrommel wo du grad geplantet hast. Weiß nicht was du meinst mit Kabeltrommel oder bei YOLO. Ah die Katara, Yokoil. So entspannend. Kicken. Kicken. Rückzug. Oh, schlack. Geht da nicht hin, der geht da nicht hin. Von hinten kommt einer. Fuck. Links neben dir. Oh. Okay der steht oben an der Treppe. Oben an der Treppe. Oh fuck. Der Penner. Ich hatte noch 14 Leben. Das ist er denn, alter. Bei dem läuft er. Der ist ja irgendwo gut hin. Auf dem Weg hab ich Jurlaub 3 KG bis Mittwoch. Zum Glück habe ich Ferien in 6 Wochen Ich bin ja eher nicht mehr in der Schule Oh bitte Dauert da Machste nix Machste nix Boah, sagst du nicht, wenn mein Schrot füllt der da wieder aus? Sagst du, ich hab gar kein Geld gesorgt? Sagst du, wenn das ausgerüstet ist, wird alles ok Ach, die hat ja Gebrauchsspuren ey Ich weiß Deine hatte auch Gebrauchsspuren Ah nicht Doch Unrealistisch Aber war das nett Smog Smog weed everyday Hoppala Einer campt da am Auto Ich glaub, jetzt campt der nicht mehr am Auto Nein Nein Fuck Die Granate hab ich abgekriegt Ja, ich auch Ja, noch ein Ich dachte, die AWP hat sich voll gelohnt Ich gekillt hatte Ich hab nicht erwartet, dass er gerusht kommt Ich hab nicht erwartet, dass er gerusht kommt Ich hab nicht erwartet, dass er gerusht kommt Ey, ich kann mir nur ne Scheiß Ich kann mir nur ne Scheiß Schrotze leisten Schrotze Lama Lama, kannst du dro- Ja, thank you Warten Der hat mir ne AK gegeben Let go, my friend Chikön Ey, 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 ey Don't go house, ist frei Ja, so viele Chikön Norm, nicht ins Haus gehen Nicht? Ok Einfach Einer Typ geht nicht Hab einen Oh fuck Von hinten Was? Wieso sieht der denn noch was? Einer Meinung nach check ich das mit den Flashgranaten nicht, ne? Oh fuck Ich werf die genau in die Frist von dem Und er sieht einfach nur was Das ist doch nicht normal Hm Ich glaub, heute Nacht zock ich Stay-Z irgendwann um Null Oh ja, man, ich hab auch wieder voll Bock Da gibt's jetzt die AK, Alter Irgendeine AKM Ja, hab ich schon gehabt Hör ich nicht Mit Drommel-Magazin Der Dumm? Und es gibt jetzt nen Flashbang Und Granate Echt? Ja, ne Granate kannst du finden Und ne Flashbang Die sollten eigentlich auch nen Granatenwerfer Kommt wahrscheinlich nächstes Update Mit Zelt Kommt nächsten Update Mit Zelt? Hab ich Krass Was fährt denn er hier? Kann das sein Diese Woche kommt mit den Zelt Okay Was ist bei dem? Mhm Jojo Jojo Du kannst auch mit Steam in Google gehen Wat? Ich geh mit Steam immer in Google Das geht? Ja, das geht Ich muss Community Hub aufmachen Dann kannst Google eingeben Und YouTube Und nen Webbrowser Ja Wir haben einen eingebauten Webbrowser Ja Ich hab einen Schroffhund in dem Moment Ich hab einen Schroffhund in dem Moment Neue Informationen zu den Fahrzeugen Und Bei der sie oder was? Ja Ich will, dass sie Autofrei machen endlich Die Ersatzteile auf Wuppengerät wie ein Video können hingegen sogar auf mehrere verteilt werden Das echte Jagd auf Teile auslösen soll beim Baum Polo Barrikan ist da Mehr steht da nicht Voll geil Irgendwie Ja nur Wo sind denn die im ganzen Mangos hier? Der hat angefangen die Fahrzeuge zu machen Ein Video mit dran Er sagt mir Hier ist ein Pfeil Ja genau Hol die Bombe man Na der haut sowieso irgendwann ab der Typ What the fuck? RAME RAME Der Dean Haller von Schwindetende dieses Jahresformen Ja ich weiß Das ist scheiße Der soll da bleiben Ja der hat sich das Geld abgegriffen und dann geht er Keine Bock mehr So was find ich scheiße Wer hat sich was abgegriffen? Ja der Entwickler von DayZ Der hat sich das ganze Geld abgegriffen von DayZ Und haut den ab Ja voll der Munge alter Ne der wollt doch ein anderes Projekt machen oder nicht? Ja Eine eigene Firma aufmachen Ja genau Ja und Ich find es trotzdem scheiße Das soll bei den Bohin Äh 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 Bei dem bleiben Bei Armarmacher Haha Okay Kann den Namen nicht aussprechen Armarmacher Ja Ist ja auch von Armacher Bohemia Interakte Jep Nein Ah woher er denn schon wieder jetzt alter Ah der war aufm weg Der hat mich auch getötet Was war der denn? Was war der denn? Halt deinen Maul Junge Halt deinen Maul Junge Ma ich vergess immer die Strohfüllen zu kaufen Ich will das Haus stürmen Haben die Polizisten auch so ne sexy Gitarre? Ne Ah das ist viel cooler als die Posz Was ist falsch Winhas Winhas especial Die minha N dessert Check Schnell Man Na Camping at A, sniping with AVP. Spastialer. Ge weg da, ge weg da! Ups. Daubon. F**k, einer ist hier dringend, Alter. Trollfeig! Da war's, da ist gar keiner drin. Bombe! Die hat der doch! Die ist oben. Ne, da in den Bischen! Ja, wir haben eine Bombe. AWP! AWP! Ey, der hat grad hoch runter gemacht bei den toten Terrorist, äh, bei den toten, ähm, Dings. War's T-Bang? Ja. Der hat grad hoch runter gemacht. Guck mal, jetzt hab ich ja eine blaue, wir haben getauscht. Loll, ich hab mit der Decoy ein Hühnchen kaputt geschlagen, Alter. Ernsthaft? Du hast doch noch, was du da sind. So ist doch noch ein Hühnchen kaputt. Ich hab's noch ein. Hähnchen kaputt, aber ich hab's noch ein Hühnchen kaputt. Der hat 68 in 3 geschluckt. 1 in a house at a is near death. 1 hit. It should be 1 hit. Sneak guy, sneak. Alter. Planted cable. Planted. Planted. Arm has been planted. Throwing fire. Flank. 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 Schaffte aber glaube ich nicht mehr. Leider in der hat diese Scheiße. Ah, der hat das denn, ich hab's noch hier dritten. Ich hab die auch so lecker. Boah! Don't worry, mate, it's okay. Wolle ich für endlich wieder das Ding, also zu die Fist sein, Alter? Doch, oh! Ich, warum kaufe ich mir denn, ah, ich hab schon wieder die Schriften vergessen. Yay! Boah, boah! Reststripey. Not so gut. Ja, Junge, das ist so behindert, ne, das die... Das hab ich nicht. Auf, auf, auf. F***! Schmier, new bomb. Ich treffe die da auch irgendwie nicht. Ne. Ne. Das ist so... Ich hab das... ... so fehlt. Ich hab das... ... so fehlt. Ah, ich sterb gleich noch an einem Herzinfarkter. I'm selling the bomb. Bomb has been planted. Da ist er. Alter. Bebagging. Man, wann ist ein Seitenwechsel? Ja, zwei Runden noch. Ja, nicht mehr. Ich lebe das wie der Deagle anzugne. Warum wollen die denn auf einmal jeden aus deren Team kicken? Drüben, auf der von denen. Einer da ist fast down. Einer ist down. Und ich auch fast. Ja, mit Trophen. Klar, hol den ein bisschen Skill, Mann. Och nee, jetzt grad nicht. Grad nicht! Alter. Oh Mann! Was ist los? Das kann grad nicht. Ich komm hier nicht runter. Nur noch einer. Seit wann hast du denn jetzt auf einmal Skill ausgepackt, ey? Was? Gar nicht, eigentlich. Was? Da sind Pferde? Bereiten! Häh! 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 Warum hast du nicht gemessert, es gibt 1500$? Ah Junge, YOLO. Du willst unser Messer und auf einmal kommt der wieder rein ins Game. Jaaa. Come on, come on, let's go! Warte! Es geht grad nicht! So, dann gehst du selber zum Doktor und in deine Tasche! Alter, weißt du? Ja, gleich, ich musste selbst... Mute dich! Muten! Ich kann grad nicht! Mute dich! Oh, Treffer! Hm, jetzt haben wir ein Problem hier. Where are they? Wtam! Wo ты! Alter! Mehhh! Ich bin eine Ziege. Hast du gehört? Ja. Aber wo war der? Warte. 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 Anfänger. Blending. Arm has been planted. No. Die sind bei A. Mach was. Ach du der ist ja auf Kahn ne. Wer da nicht. Terrorists win. Ya sexy. Hey, sieh mir aus. Ääh dah dah dah. Beintrittsklopft, Alter. 3B zu A. Und 4B. Ich go B. Okay, dann gehen wir 3B. Wir nehmen 8B, oder? 2B. Alter! Ups! Sorry! Alter! Ich bin Hafenalf! Sorry! Und du hast 3 Diegelschüsse gefressen. Ja, hat er. Außersehen! Bomb has been planted. Der ist nicht weg. Der war um Klasse mehr, aber bei der Chicken. Cover, Minum. Hast du den? Ja, wallbang. Nice. Wallbang. Die wollen echt alle jetzt aus ihrem Team kicken, ne? Hm. Echt? Ja. Hast du noch ne Pistolenrunde? Ja, ich will AWP. Ich auch. Mach! Passt uns oder sie. Wir sind nicht. Was das? Tögel! Ich komme mit der Viche Kampne. Ja. Ich habe einen weggenommen, das ist ja schön. Ich habe 5 Leben. Okay, das ist nicht so schön. Was hast du für eine Waffe? Oh, jetzt Spear Tactical. Sonnmarger! Mit Stat-Track! Stat-Track! AWP! Ich will doch nicht, ich kochen den Tier. Ah, okay. Ohne Skin, voll hässlich. Ohnes, ach ja. Ich habe vergesse mit ausgerissen. HUN! 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 Alter, dein Huhn ist... Wunfer, wunfer, jetzt nicht mehr. Ja. Kann ich den Chicken fallen? Ja. Ja, Norm ist jetzt gut, ja. Ich will auch mal einen Kill mitmachen. Ich bin wieder A. Ey, nicht schon wieder! Habe ich dich angeschossen? Mist! Ja, wieder da noch auf 70 Leben. Ja, auf 70 Leben! Das war auch das... Ich habe auch das Ding geschossen. Ich habe auch das Ding noch abgedrückt. Also, wie ihr seht, spielen wir hier nur mit Profis. Das hier Profis hier, ne? Das hier Serious Business. Serious! Will den ganzen Chicken! Oh, jetzt killen die aber nicht alle da direkt vorne. Warum nicht? Das hier ist ja. F**k. Das ist ja. Oh, da kommt noch welche. Da kommt noch welche. Da, 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 da. HH! Chicken! Hm. Oh, die Komponenten. Ja. Professionelle Hufensöhne sind das. What? Ah, da ist die Handelwohl. Ey, töte die Fische nicht! Ey, die armen Fische! Die kannst du nicht töten! Trotzdem armen Fische. Wir haben gehört, Maron. Hacker. Hacker. So, die haben rausgekommen. Easy! Ja, ah, ich hab... Ne... Ich muss mal weg. Jetzt muss ich mal weg. Ich muss mal weg. Okay. Komm, dann.